Was macht man jetzt? Ich helfe nur am G-Trups, hast recht. Im Sinne. Ich kann meinen Panther-Turm nicht oben auf dem Pfeil bauen, ey. Wo nicht? Da wollte ich einen Panther-Turm hinbauen. Warum kannst du ihn da nicht setzen? Weil ich die ganze Zeit angegriffen werde. Hm. Du Dödel. Ja, das ist eine Erklärung. Ich versichere erstmal lieber unsere Basis mit Panzersperren, dass sie nicht von der Seite durchbrechen können. Ich glaube zumindest, dass das ein vernünftiger Vorschlag ist. Dann haben wir die Ferguson Gasse-Nり setzen. Dann haben wir uns ge petals und dann setzt sie nicht hin. Dann sein sie auf denkumsch partiert und irgendwo ist bestimmt… dann ist es noch einnsinnig guter… … dass auf der Seite des Al Bardzo-Timmerober-T полüasta zu verkaufen sein. UnFA-Turm, auf der어서 der Regen earthquakes! So Leute, härter arbeiten. Die brechen im Moment nur in der Mitte durch, ne? Also nur ist wahrscheinlich gut gesagt. Bist du schlecht drauf? Bist du schlecht? Ich brauche erstmal eine 8.8 hier hin. Ich komme gleich zu dir. Der Turm ist fertig. Das hört sich schon mal sehr gut an, dann kommt wenigstens kein Bein mehr zu dir. Hier ist übrigens eine Flak. Sehr schrecklich. Mörserfahrzeug. Ja, ich sehe es. Das kommt gerade. Ich scrooge fleißig auf deine 8.8. Die 8.8 ist gerade erst gekommen. Die 8.8 schießt jetzt aber per Flak zurück. Per Artillerie zurück. Siehste? So. Die 8.8 hält jetzt einiges raus erstmal. Ich habe einen Pioniertrupp eben verloren. Ja. Ich baue mir das Kettenfahrzeug. Was habe ich mit dem Panzer hier vorne? Kriegst du den nicht weg mit dem Panther-Turm? Wird der Panther-Turm was machen? Ja stimmt. Das ist ein bisschen außerhalb der Reich heute. Ein bisschen. Das schlimmste Tod kann ich mir vorstellen ist von der 8.8 zerfetzt zu werden. Das ist gut möglich. Ich meine das brennt bestimmt ganz schön wenn man das Ding in die Fresse bekommt. Nein. Bis zumіл. Das ist dein Pistartillerie. Ich mach dir immer nur. Das macht er immer nur wenn er sich nicht anders zu helfen weiß. Hier, da steht im toten Winkel Der Arsch hier Oh, ernsthaft? Kann ich die schon wieder zurückziehen? Wo ist eigentlich mein Fahrzeug hin? Wann ist das denn draufgegangen? Ich versuche gleich mal Vorstoß gegen die Mitte Okay Ja, wir brauchen die höhere Ressourcen wieder Oh Oh Ah, ich hasse Spios Oh 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 Du 6er kümmerst dich noch mal umdrehen Baby, please stop the made-believer Cause I don't wanna wait to stay the night Staring at your face, you're staring at mine I wanna make you feel more than alive Let it be, let it stay with me Let it stay with me, let it stay with me